so hallo wir machen weiter bei hyrule warriors letztes mal haben wir die stahlmission angefangen außerdem haben wir gelernt wie man waffen verstärkt beziehungsweise ich habe es einfach mal gemacht und wir verlieren halt einiges an zeit weil ich immer crocs suche deswegen habe ich dann gesagt die mission machen wir das nächste mal weiter und das war jetzt so damit sie aber in neue gebiete kommen muss ich auch wieder anfangen jetzt aber erst mal ich muss halt immer aufpassen besiegen die truppen ist okay also truppen der blitzkopf jetzt besiegen wir sind okay ist gleich eine in der nähe da doch schon mal rein war die ich gerade hier ach da jawohl alle langsam klappt das mit denen mit dem oder auch nicht die blitzing haben schon ja 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 ich verstehe das schon du hast mehr drauf du hast richtig bauer so jetzt hier auf die mütze und wir haben auch gleich mal heilen dann der sie geht auf mein konto der hatte schon ordentlich gezwiebelte okay so hier waren wir noch nicht was cox angeht ich sehe dass mir verblinkt ich bin nicht blind ich möchte nur kurz hier umgucken wir wechseln gleich zurück oder auch nicht jetzt bin ich zu mir okay dann können wir erstmal hier bleiben und haben zu tun okay so hier außen rum geht es und es geht einmal da unten rum dann nehmen wir mal kurz diesen vorposten hier ein zwar wirklich kurz weil der ist ja gleich da der vorposten da ist ja schon das viech und ab dafür bam der wali hebt ab und es fliegt einfach alles in die luft so es ist so großartig zack tschüss unser vorposten nice alles unseres alles unseres ok also das einzige wo ich mir den kopf vorstellen könnte wäre hier diese lücke hier kann man rein hier haben wahrscheinlich auch nur die gegner gewartet also ja schade war wieder nix jetzt haben wir nur zwei cox auf dieser riesigen dann räumen erstmal hier ab haben das a gleich wieder aufgeladen was gar nicht so verkehrt ist so langsam komme ich in fahrt weil da kann ich gleich ins gesicht drücken dem kollegen da ja wohl und auch diese mission gehört uns äh mission diese hier weißt du schon diese dieser vorpost ok dann gehen wir noch da rein oder seine riesen das ist ja riesig hier hilfe ah da ist so ein ding das kann ich einfach runterreißen haben wir gelernt das macht es viel einfacher ok kriegen wir da auch unser zeug oder drüben ist einer den ich erledigen soll der ist sogar da perfekt dann haben wir ja gar kein problem hier sind wir ja sogar richtig ok auf geht's ich finde das so krass er hebt ab und es fliegt einfach alles in den unten das ist so nice au wen hast du jetzt anvisiert den anderen da ja den da so da fehlt doch nicht mehr viel so das war das wo ist der andere da war doch noch gerade einer da so der ist aber schon ein bisschen crazy hier drauf das war's hey hört auf zu zappeln kein entkommen jawoll und jetzt einmal drauf hier auf die bütze das war's kann man nämlich auch gleich jawoll den schnell angriff machen oder schnell einen schmetter angriff oder wie das ding heißt zack der sieg geht auf mein konto ok ich glaube den mussten wir gar nicht erledigen aber ist egal so und jetzt ist dieses tor offen und das da kam wir aber her da waren wir überall schon hier hätte jetzt wieder was sein kann aber leider leider nö aber ja hier waren wir glaube ich zumindest ist das ja alles halt schon eingenommen also müssen wir hier gewesen sein gerade hier sind so viele einzelne ne hier könnte überall hinten rum und keine ahnung egal so gehen wir wieder raus und gehen dahin zurück wo es blinkt so wir gehen außen rum wir gehen den kompletten weg außen rum dann haben wir alles heut wir gehen hier lang da waren wir auch noch nicht da sind auch noch Gegner tausend besiegen so langsam komme ich in Fahrt ja so sehe ich das auch ah ne ich glaube die sind nur ja ich glaube die sind nur äh praktisch ja ich verstehe die sind nur wieder hier aufgetaucht ich glaube wir waren da schon mal nichtsdestotrotz es gibt ep warum nicht ne genau hier haben wir schon eingenommen sehr gut wie gesagt ich möchte gerne außen rum gehen das heißt wir fangen jetzt hier an Gott hier könnte überall so eine Blume ah wir gehen hier außen rum so nett hier ist noch mal so ein Gang da kämpft auch Mifa gerade ja ich hab das für dich gemacht Mifa ist ok ah da geht es hier hinten der Gang hört auf da könnte was sein ah endlich mal wieder Erfolg jawollo so so muss das sein ok am Ende dieser Mission müssen wir dann gegen Super kämpfen ich bin gespannt ok ok hier oben ah hier komme ich noch nicht durch ok hier ist noch ok hier geht es noch nicht weiter aber bald dann verstehe 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 wir können hier noch nicht rum gut das ist aber in Ordnung das ist völlig ok wir haben hier schon mal aufgeräumt und können dann ganz einfach und easy da durch sobald es soweit ist sehr gut und hier können wir auch noch nicht durch ne ah ja hier kommen wir noch nicht rein ich verstehe können wir hier noch irgendwas tun irgendwas sehen ist die Map zu Ende und über den Baumstamm kommt Rivali natürlich nicht hier oben könnte was sein ah da ist der andere Weg da ist der ok ok ich verstehe da kommen wir noch hin gut dann können wir zu dem Punkt fliegen der auf der Karte ist dann haben wir hier alles gesehen sehr nice aber wenn man hier so durchfliegt geht es ja echt fix ne gar kein Problem jetzt sind wir hier da waren wir gerade und hier sind wir noch nicht lang da ist er aber der hat ja schon ordentlich der hat ja schon ordentlich Schaden ohne Gnade zack das sollte reichen sehr schön ok der ideale Zeitpunkt um das Platz unseren Gunsten zu wenden jawoll jetzt greifen wir an ja die Position wurde aufgedeckt und wir können jetzt loslegen kümmern uns um die ganzen vorposten die jetzt alle aufgegangen sind die vorhin wollte ich ja schon angreifen da konnten wir noch nicht hin jetzt können wir überall hin jetzt ist einfach alles offen im Moment kühlt euch etwas ab kühlt euch etwas ab kühlt euch etwas ab hey ich wollte die Taste drücken war zu langsam wohl anscheinend kühlt euch etwas ab kühlt euch etwas ab Wo ist er denn? Ach, ich muss den Anvisieren nicht, Dummkopf. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Aber egal, wir können einmal den hier machen. Oh, tschüss. Jawohl. So muss das. Okay, so. Zack, zack, zack. Hier einmal wegräumen. Einmal hier durchfliegen und gucken, ob hier irgendwo in der Ecke irgendwas sein könnte, was glitzert oder wie ein Krogi aussieht. Wirkt aber nicht so. Okay. Den Vorposten haben wir. Dann gehen wir hier aus. Oh, na, jetzt. Du wirst es doch schaffen, da durchzufliegen. Eieiei, Revali, was war's denn? Oh, das hat nicht getroffen. Das war schlecht. Das war schlecht. Alter, der Daruk ist auch einfach mal durchgeracet, ne? Kaua. Und da. Und da. Wie. Hey. Kaua. Und drauf. Keine kam. das. Zack, wir erheben uns wieder. Ich möchte gerne hier die Truhe mitnehmen, natürlich. Dann habe ich das gemacht. Antike Fehler, mal 8. Nice. Da komme ich wohl nicht hoch, schade. Okay. Da hinten sind die nächsten Gegner. Äh. Hä? Gerade waren es Soldaten, aber man hat ja schon an dem Dings gesehen, dass es, ne? Okay. Das war interessant. War das ein Grafik-Bug oder sollte das so sein? Sollte das praktisch ein Hinterhalt werden? Ziemlich schlecht, aber wenn ich die Schadensanzeige anhabe. Naja, sehe ich das halt. Okay. So, hier ist der erste Vorposten. in den wir sowieso rein müssen. Bäm! Hälfte abgezogen. So, ich weiß, Mipha ist schon wieder am, am Team. Aber ich bin jetzt hier. Und ich bleibe hier. Sonst weiß ich wieder nicht, wo ich schon war und wo nicht. Und dann dauert es drei Jahre, das Ablösung. Okay. Okay, wir können die Runde hier einmal verkomplettieren. Einmal hier durchgehen. So langsam komme ich in Fahrt! Okay, hier ist nichts weiter. Hier unten ist auch nichts. Ah, schade, dass man da nicht hin kann. Okay. Hier unten. Ich kann auch nicht unter der Brücke durch. Da ist einfach eine Wand. Also, was unsichtbare Wände angeht, ist es schon ein bisschen ja, ne? Aber, ah, hier ist mein Koch. Ich wusste doch, weil hier hört die Map nämlich auf. Und hier muss dann doch was sein. Seht und staunet! Das wollte ich nicht. Ohne Gnade! Ich wollte das auf der Plattform drücken. Ich hab einfach mein A-Grad komplett verschwendet. Das ist belastend. Ah! Truhe nehmen wir auch noch mit. Jawohl! Eine Reiselandse. Vielleicht ist die jetzt was für Link. Die Reiselandse... Okay, die muss jetzt Links einsetzen können, oder? Weil dann können wir mal das Lanzen-Training machen, nach der Mission hier. Und schaut euch das mal an. Wir haben alles eingenommen, bis auf diesen einen Dings da drüben noch. Wir haben die Map einfach dominiert. So muss das sein. Och nö, ich komm hier nicht durch. Hier ist dann der Endkampf. Aber ich muss jetzt von der anderen Seite dahin. Och nö, ich muss jetzt komplett außenrum wieder... Ne, Mifa ist da. Komm, dann hab's dafür. Mifa ist die Schlipsort. Noch mal. Jawohl, das musst du. Ich darf nicht verlieren. Das war der letzte Posten und jetzt ist dann die Hauptmap offen. Geh ich mal davon aus. Genau. Jetzt ist das da offen, wo Dings ist. Und jetzt sieht man auf der Karte, wie er sich dahin bewegt. Rivali bewegt sich jetzt selbst dahin. Auch nicht schlecht. Okay. So, während Miefer hier oben aufgeräumt hat. Da gehe ich nochmal ganz kurz mit Miefer da runter. Aber ich glaube, da haben wir den Krocken mitgenommen. Da haben wir nichts verpasst. Aber hier unten waren wir. Ja, da waren wir. Und dann war hier oben einfach zu. Deswegen kam ich da noch nicht rein. Jetzt war ich da ja drin. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich denke, hier haben wir ganz viele Krocks auf jeden Fall mitgenommen. Das ist okay. Hier ist das Hauptquartier. Da wartet dann wahrscheinlich super auf uns. Finde ich super. Ja, komm, irgendwann musste das kommen. Geht doch nicht. Das ist einfach nicht zu sagen. Okay. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Ah, hier kommt man hier raus. Ich verstehe. Okay. Oh, eine riesige Monsterharde ist hier noch. Ich bin in die Cutscene reingelaufen. Oha, wir kämpfen gar nicht gegen Super. Wir kämpfen gegen den. Okay, na gut. Ist auch in Ordnung. Ich dachte, wir kämpfen gegen Super. Aber wir kämpfen halt gegen einen Enox. Jawohl, erst mal Ausgewicht. Nice. Keine Zurückhaltung. Keine Zurückhaltung. Keine Zurückhaltung. Keine Zurückhaltung. Ich verschätze alle. Ja, zurück. Komm fort. Ey, ja. Ist okay. Da hätte ich ihn stoppen müssen. Ich habe es gesehen. So spät gesehen, wohlgemerkt. So, jetzt kriegt er auf die Mütze. Nice. Back to you. Ah, perfekt. Nein, es hat nicht mehr viel gefehlt. Dann mitbomben. Okay, das hat nicht... Ah! Ich kann gerade nicht. Egal, jetzt kann ich. Ah, es hat aber die Schwachanzeige jetzt nicht hergezogen. Egal. Wir haben es gleich. Ich habe die falsche Taste mal wieder gedrückt. Verdammt. Sieg wird halt ohne Schwachanzeige. Was soll's. Ist ja auch so gleich down. Zack. Das war's. Yo. Yo. Was eine nice Finalattacke. Das waren wir. Ah, es ist noch nicht vorbei. Das heißt, es geht doch noch gegen Super. Okay. Ich sehe Feuer im Ort. Ja, super, super, super. Ah, nee. Ist doch vorbei. Kämpfen wir noch gegen Super? Ja, okay, alles klar. Ah, jetzt hat es Link. Jetzt sind wir Link. Ich verstehe. Deswegen war der auch auf dem... Ah, deswegen war der bei der Mission. Konnte ich den nicht aus... Also nicht abwählen. Erstens das. Ich konnte ihn nicht abwählen. Und zweitens... Äh, ich konnte... Ich konnte nicht... Äh, hier weißt du schon. Äh, ich konnte nicht... Ich kann nicht reden. Ich konnte nicht... Wechsel zu Link. Nice. So, das war das. Okay. Und ich kann auch jetzt nicht wechseln. So, wir müssen jetzt mit Link spielen. Wir müssen jetzt mit Link zu Super. Äh, gibt auch mehr Sinn. Das Link Super erledigt. Die anderen haben mich um die Hinten gekümmert. Wir kümmern uns um Super. Okay, Abflug. Da drüben ist er. Das ist euer Ende. Nee, nee, würde ich nicht sagen. Das ist der hinter dem Zaun. Ich kriege den so nicht. Das gibt es doch nicht. Super, please. Komm da vor. Oha, der fällt... Der hält ja einiges aus. Aber jetzt ist er so in der Ecke. Ah, falsche Teile. Egal. Wir machen mal das hier. Oh, der hält ja einiges aus. Äh, was machen wir jetzt? Noch gar nichts. Das ist euer Ende. Ah, jetzt geht er schon wieder da hinten hin. Auch, das wollte ich nicht. Jawoll! Ach, Mensch. Ich kriege mir die falschen Tasten. God dang it. Jetzt. Zack. Okay, das haut schon ordentlich rein. Ja. 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 Falsche Taste. Ich hasse es. Ah. Ist okay. Entschuldigung, angenommen. Hier. Erinnert euch daran. Sollte man mehr magieren. Jetzt hin. Zack. Ja, nice. Ordentlich Schild runtergedrückt. Und nochmal hier. Und jetzt haben wir wieder das Schild. Jawoll. Weg mit dem Schild. Zack. Das war's, oder? Jawoll. Das war die Mission jetzt aber wirklich. Puh. Wie gesagt, das war gut hier aufzuteilen. Das war nochmal eine halbe Stunde. Ei, ei, ei. Damit ist Super down. Außer geht jetzt in der Cutscene doch nochmal. Ja, okay. Er ist nicht down. Dann eben nicht. Da ist er einfach weg. Oh. Ne, mein Freund. Oh no. Okay. Gut link, gut link. Gut gemacht. Ich tat, was in meiner Macht stand. Doch die Zukunft ist unberechenbar. Alle Mann. Rückzug. Das war verdammt knapp. Okay, so, zack. Neue Waffen, die wir verbessern können, zum Verbessern nutzen können, so rum. Und ich will mal gucken, ob die Reiseland ist, okay, aber die hat Mifa, ich kann bei Link keine Lanze. Muss ich mit Link die Lanzen finden? Ne, Quatsch, ist ja egal, mit wem ich das finde, das kriegen ja trotzdem die Leute einfach zugeteilt. Link kriegt einen Eisenhammer und eine Bocklanze. Okay, jetzt hat Link eine Lanze. Gut, dann kämpfen wir jetzt mit der Bocklanze die Lanzenmission. Was soll's? Gerudo-Messer. Neue Materialien. Ah, jetzt ist Prinzessin Enzian dabei gewesen. Das ist gut, weil jetzt können wir was machen mit Prinzessin Enzian, war irgendwas, was man tun konnte. Ja, da ist die nächste große Mission, okay, okay, ja, 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 alles, ja, nee, okay, ja, cool. Oh, Befreiung des Waldes der Crocs. Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Und dann würde ich ganz gerne das Outfit, kann ich das Outfit, ach, hier unten. Ah, siehste. Ah, siehste. Ah, ich habe jetzt bisher nicht den Eindruck, dass mir hier irgendwie die Änderung des Dings irgendwas großartig nützen kann. Lassen wir das erst mal sein. Aber ich habe mal, ich habe mal geguckt, das war das, was ich wissen wollte. Okay. Ganz immer schlauer, auf geht's. Hauen wir weg, was auch immer zu dem Weg kommt. Mit der Lanze. Und nach dieser Mission beenden wir den Part, Entschuldigung, Link Lanze, drücke RZ, um einen rasanten Blitzstoß auszuführen. Diese Technik kannst du sogar während eines Angriffs anwenden. RZR natürlich. Okay. Ich werde bestimmt dran denken. Schnarrig. Okay. Auf geht's. Wieder 300 Gegner in 6 Minuten. Was zur Hölle. Die Lanze ist so schwach, dass wir 6 Minuten brauchen. Die Lanze ist so schwach, dass wir 6 Minuten brauchen. Yo. Alter. Okay. Die Lanze ist... Wow. Die Lanze ist ziemlich nice als A-Attacke. Da unten sind ganz viele. Geh mal da rein. Einfach rein. Moin. Zack, 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 zack. Alter, das ist so gut. Rums. Einfach hier rums. Alles weg. Alles weg, wenn's denn hier. Also das ist zeittechnisch jetzt wirklich überhaupt kein Problem, ne? Okay. Da sind noch ganz viele. Das sind gar nicht viele. Wo ist denn die Horde? Da unten ist eine riesige Horde. Da ist alles rot. Aua. Ah, das ist nicht unten, das ist oben. Ja, komm, wir laufen einfach da rein in die Menge. Moin. So, Abflug. Zack. So, jetzt noch die Moblins an die Legen. Klar. Das Übliche halt, ne? Dann komm halt her, Kollege. Okay. 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 Wollte eigentlich ausweichen, aber dann halt nicht. Reiß. Und Abflug. Ich dachte, er ist jetzt soweit. Ah, jetzt. Ich will den schnellen Angriff, Mann. So. Zack. That's it. Und jetzt hauen sie wieder alle ab, wie immer in diesen Missionen. Hinterher. Okay, Linkstraining-Lanzen haben wir damit auch abgeschlossen. Sehr schön. Zack, zack, zack. Prima. Und bekommen dafür die Soldaten-Lanzen. Okay. Oh, und Zelda bekommt ein Erweiterungsteil. Das können wir jetzt dann auch mal zum Dings nutzen. Aber jetzt erst mal Part Ende. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.